Herzlich willkommen zu Aslepios Informationssendung. Heute geht es um Ihre Bauchspeicheldrüse, um das Pankreas. Angenommen, Sie haben unklare Oberbauchbeschwerden und Sie sind beim Arzt gewesen und der hat Ihnen gesagt, dass Sie Zysten in Ihrer Bauchspeicheldrüse haben. Sie haben gehört, dass Arzte so etwas häufiger entdecken und dass man so etwas ernst nehmen muss und Sie fragen sich nun, was zu tun ist und wie schnell gehandelt werden muss. Bei mir ist Privatdozent Dr. Ansgar Michael Krummig. Er ist Chefarzt der Allgemeinen und Visteralschirurgie am Aslepios Klinikum in Harburg. Schön, dass Sie da sind. Freut mich. Die Patienten, die zu Ihnen in die Sprechstunde kommen, Herr Dr. Krummig, die haben ja sicherlich eine ganze Menge Fragen. Vielleicht sagen Sie uns erst einmal, wozu ist denn die Bauchspeicheldrüse überhaupt gut? Die Bauchspeicheldrüse ist ein ganz zentrales Organ für die Verdauung und für den Stoffwechsel im menschlichen Körper. Es ist ein Organ, was gar nicht sehr groß ist. Ich sage immer ungefähr so groß wie 200 Milliliter, kann man sich vorstellen. So zwei, drei Schokoriegel groß, aber ein Organ, was unheimlich viele wichtige Aufgaben übernimmt. Zum einen eine ganz wichtige Funktion für den Hormonstoffwechsel. Die Bauchspeicheldrüse ist das Organ, was das Hormon Insulin bildet und hat auch eine ganz wichtige Funktion für die Verdauungssäfte. Die Bauchspeicheldrüse bildet fast 1000 Milliliter Bauchspeicheldrüsensaft pro Tag. Das ist ein klares Sekret, ein klarer Saft, wie auch der Speichel bei uns im Mund. Nur ist dieser Speichel angereichert mit unheimlich starken und wirksamen Enzymen. Das sind kleine Bestandteile aus Eiweißen und Proteinen, die unterschiedliche Nahrungsbestandteile wie Kohlenhydrate, Fette und Proteine zersetzen können. Das ist die Hauptfunktion der Bauchspeicheldrüse. Und ohne Bauchspeicheldrüse ist das Leben schwierig für einen Patienten und deswegen ist man eigentlich froh, wenn man sie hat. Ja, und umso aufregender ist es, wenn der Arzt dann sagt, ich habe da Zysten gesehen. Was ist denn jetzt eine Zyste? Ja, eine Zyste ist ein flüssigkeitsgefüllter Hohlraum im Bereich irgendeines Organes des Körpers. Das gibt es in der Bauchspeicheldrüse, aber viel häufiger auch in der Niere und in der Leber. Und die Zysten werden unterschiedlich eingeteilt und können unterschiedliche Ursachen haben. Viele Menschen wissen, dass sie Leber- und Nierenzysten haben. Die sind ganz häufig harmlos. Das sind meistens angeborene Zysten. Auch in der Bauchspeicheldrüse gibt es diese angeborenen und ganz harmlosen Zysten, wo sich der Patient eigentlich keine großen Sorgen machen muss. Aber anders als in anderen Organen gibt es in der Bauchspeicheldrüse tatsächlich auch zystische Tumoren, das heißt Neubildungen, die wie eine Zyste aussehen, aber nachher, wenn man Pech hat, auch zu einem Bauchspeicheldrüsen-Tumor, zu einem bösartigen Tumor werden können. Und deswegen kommen die Patienten mit dieser gewissen Befürchtung und heute natürlich auch mit einer Angst. Und da, wie Sie sagen, ist meine primäre Aufgabe, erstmal den Patienten aufzuklären über diese zum Teil wirklich auch komplizierten Sachverhalte. Ja, dann lassen Sie uns doch erstmal sprechen über die harmlosen Zysten, die Sie angesprochen haben. Also Sie sagten ja, die können angeboren sein. Woher kommen die noch? Also wird man damit geboren und wenn nicht, dann passiert nichts? Also einige Zysten sind angeboren. Die sind im Prinzip, das ist das Pendant zu den Leber- und Nierenzysten, die relativ, also die häufig sind in der Bevölkerung. Man schätzt das ungefähr, dass circa drei bis fünf Prozent der Menschen Zysten im Bereich der Bauchspeicheldrüse haben. Also ein relativ häufiger Befund. Die überwiegende Zahl, also die Mehrheit dieser Zysten sind aber harmlose Zysten, nämlich diese angeborenen Zysten. Man nennt die auch dysontogenetisch, also weil sie in der Entstehung des Individuums, also schon in der Embryonalzeit vermutlich entstehen. Und eine andere wichtige Gruppe, das sind die Pseudozysten. Das sind Zysten, die können als Residuum, als Überbleibsel einer Bauchspeicheldrüsenentzündung im Organ zurückbleiben. Ohne dass dadurch nochmal etwas passieren kann. Genau, die können als harmloses Residuum zurückbleiben. Die können natürlich auch, wenn immer wieder neue Entzündungsschübe entstehen, können die auch eine gewisse Größe bekommen und können auch dann mal behandlungswürdig sein. Aber das sind dann meistens Patienten oder in meisten Fällen, die wissen, dass sie irgendwann mal schon eine Bauchspeicheldrüsenentzündung gehabt haben. Das sind also selten die Patienten, wie Sie die geschildert haben. Oh, da hat mein Hausarzt im Ultraschall eine Zyste festgestellt. Das sind meistens Patienten mit diesem Pseudozysten, die haben schon irgendwie eine gewisse Krankengeschichte hinter sich mit einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung. Aber auch das muss man immer individuell abklären. Also auch diese beiden Möglichkeiten für die Ursachen einer Zyste muss man grundsätzlich bei jedem Patienten, der neu kommt, auch in Betracht ziehen. Ja. Und die anderen Zysten, die Sie eben gerade ansprachen, die sich, glaube ich, auch entwickeln von harmlos zu böse. Also die neu gebildeten Zysten sozusagen im Körper, die nicht angeboren sind. Was hat es damit auf sich? Das ist eine ganze Gruppe von unterschiedlichen Erkrankungen. Da gibt es sicherlich 20, 30 verschiedene und das ist ein unheimlich breites Feld. Aber man kann tatsächlich sagen, 95 Prozent von allen zystischen Veränderungen, die wir in der Bauchspeicheldrüse haben, fallen auf fünf oder sechs Arten zusammen. Also das heißt, das sind die Hauptentitäten, sagen wir, die Hauptarten von Zysten, mit denen man sich beschäftigen muss und die man natürlich auch ganz genau kennen muss. Wie gesagt, die häufigsten sind die angeborenen Zysten und diese Pseudozysten bei chronischer Pankreatitis. Und dann kommen diese Neubildungen. Das sind also praktisch Zysten, die von Anfang an nicht da sind. Die entstehen erst dadurch, dass sich praktisch Zellen innerhalb des Organs teilen. Das ist ja das, was wir auch immer als eine Neubildung oder eine Neoplasie bezeichnen. Wobei nicht alle diese Zysten auch bösartig sind. Das ist immer für den Patienten oft schwer zu verstehen, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Tumor oder einer Neubildung und was ist ein Karzinom oder ein Krebs. Diese Neubildungen in der Bauchspeicheldrüse, diese Zysten, die entstehen über einen gewissen Zeitraum, ohne dass sie in dem Organ letztendlich sehr großen Schaden anrichten oder dass sie auch metastasieren. Das sind praktisch, das sind Kriterien, wo wir sagen, jetzt ist eine Veränderung bösartig. Wenn sie praktisch, wenn sich Zellen aus dieser Neubildung lösen und in der Blutbahn in dem Körper umherschwimmen und zum Beispiel in der Leber sich ansiedeln und eine Lebermetastase machen, dann sagt man, das ist eindeutig eine bösartige Veränderung, ein Karzinom. Oder auch, wenn so eine Zyste praktisch über die Organgrenzen hinweg sich ausdehnt. Wenn diese Zellen praktisch die Organstruktur, die Organgrenzen der Bauchspeicheldrüse verlassen und in die Umgebung reinwachsen, dann würden wir auch sagen, das ist ein Kriterium für eine oder ein Kennzeichen für eine Malignität, also für eine echte Bösartigkeit. Das sage ich als Patient, das ist aber dann schon ziemlich spät, oder? Das ist dann schon ziemlich spät und das ist letztendlich meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das bei den Patienten möglichst nicht passiert. Das heißt, entweder die Patienten, bei denen das schon passiert ist, die aus der großen Gruppe der Patienten, die Zysten haben, rauszufischen und ihnen eine Therapie anzubieten, möglicherweise eine Operation. Und die Patienten zu finden, die eine Vorstufe haben von einer Veränderung, von der wir wissen, dass sie irgendwann auch eine Bösartigkeit, also eine Umwandlung in einen bösartigen Tumor bringen kann. Angenommen, also es wäre relativ klar bei mir, dass es gutartig wahrscheinlich nicht ist und dass man jetzt mal gucken muss, wohin die Zysten so wandern und beziehungsweise was sie tun, wie sie sich entwickeln im Körper. Wie erklären Sie das Ihren Patienten? Sie haben da ja auch so Schaubilder mitgebracht, an denen man das vielleicht sich auch ganz gut vorstellen kann. Ja, die Bauchspeicheldrüse ist deswegen so ein kompliziertes Organ und ich finde aber auch ein faszinierendes Organ, was mich unheimlich auch immer wieder begeistert, weil es so unglaublich versteckt liegt. Das liegt ganz tief im Körper drin. Dieses rote hier, das rote große Gefäß, das ist die Hauptschlagader, die Aorta. Das große hier ist die Leber. Das rosa hier ist der Magen und dieses gelbe Organ, das ist die Bauchspeicheldrüse. Die liegt relativ versteckt hinter dem Magen, ganz dicht auf der Schlagader und hier unten ist im Prinzip gleich die Wirbelsäule, die hier langläuft. Eigentlich ist die Bauchspeicheldrüse mehr ein Rückenorgan als ein Bauchorgan, also sie liegt unheimlich tief verborgen und deswegen ist sie häufig in der Diagnostik auch nicht so gut zu sehen. Und wenn man dann mal im Ultraschall durch die Leber und durch den Magen durchschallt und dann doch was sieht in der Bauchspeicheldrüse, dann war das auch schon häufig ein guter Sonographeur, der sehr viel Erfahrung hat. Und für mich ist es wichtig, dass die Patienten verstehen, dass die Bauchspeicheldrüse ein Gangsystem hat. Die Bauchspeicheldrüse bildet in diesen Zellen, in diesen Drüsenzellen, dieses Bauchspeicheldrüsensekret und das läuft im Prinzip in diesem Gangsystem, der hier so gestrichelt dargestellt ist, läuft der Bauchspeicheldrüse-Saft ab, wird dort gesammelt und läuft letztendlich hier in den Zwölffingerdarm. An einer Stelle, die nennt sich die Papille. Das ist eine kleine Öffnung im Zwölffingerdarm, wo letztendlich dieser Bauchspeicheldrüse-Gang mündet und dann der Bauchspeicheldrüse-Saft hier in den Darm läuft, in den Zwölffingerdarm. Und an der Stelle, das sieht man hier, mündet auch ein anderes Gangsystem, nämlich der Gallengang. Die Leber, große Stoffwechselorgan, viel größer als die Bauchspeicheldrüse, aber auch sehr wichtig, produziert Gallesekret, flüssige Galle. Und die wird hier in den Gallengängen hinabbefördert. Hier in dem Gallengang, der läuft auch durch die Bauchspeicheldrüse durch und zum Teil benutzen diese beiden Gänge auch die letzte gemeinsame Endstrecke und auch der Gallensaft fließt dann hier in den Zwölffingerdarm rein und an dieser Stelle kann dann die Verdauung beginnen. Das heißt, die Nahrung aus dem Magen fließt hier rein, dann kommen die beiden Säfte und ab diesem Punkt hat jetzt der Körper ungefähr 2, 3, 4 Meter Dünndarm vor sich, in der die Verdauung stattfinden kann. Und wenn da sich jetzt eine Zyste in der Bauchspeicheldrüse befinden würde, müssten Sie dann dann auf jeden Fall operieren? Nicht in jedem Fall. Es hängt immer davon ab, was das für eine Zyste ist. Und um diese Frage zu beantworten, muss man auch immer diesen Bauchspeicheldrüse-Gang im Visier haben. Denn die Zysten haben eine unterschiedliche Beziehung zu diesem Bauchspeicheldrüse-Gang. Einige haben mit dem Gang gar nichts zu tun und einige gehen von diesem Gang aus. Das sieht man auf dieser Abbildung hier. Da kann man das ein bisschen nachvollziehen. Hier oben, das hier ist dasselbe Bild wie gerade eben. Das ist auch das, was ich meinen Patienten dann zeige. Hier sind im Prinzip die wesentlichen zystischen Veränderungen oder Zysten einmal dargestellt. Wie sie in der Bauchspeicheldrüse liegen können. Natürlich können die auch anders konfiguriert sein. Und natürlich hat kein Patient alle auf einmal. Das ist auch klar. Das ist nur didaktisch einmal, um das zu verdeutlichen. Die erste Veränderung, über die wir schon gerade kurz besprochen haben, das war diese Pseudozyste. Die kann man hier sehen. Die ist hier etwas, die ist unregelmäßig häufig konfiguriert. Und dieses Graue hier, das soll Kalk sein. Also typischerweise haben diese Pseudozysten auch Zeichen der Verkalkung. Das ist auch ein Residuum aus dieser schweren Entzündung, die über die Bauchspeicheldrüse schon weggelaufen ist. So kann man die häufig relativ gut identifizieren. Und dann sind hier praktisch noch 1, 2, 3, 4 weitere zystische Veränderungen dargestellt, die wirkliche Neubildungen darstellen. Also Tumor, Neubildung innerhalb der Bauchspeicheldrüse. Die angeborene Zyste, die habe ich jetzt gar nicht reingezeichnet. Die kann man sich überall vorstellen. Die kann hier sein, die kann da sein. Die können auch unterschiedlich ausschauen. Selten bekommen die eine sehr starke Größe. Also die sind häufig kleiner als diese Veränderungen. Wenn Sie jetzt eine Zyste tatsächlich operativ entfernen müssten, passiert das dann mit einem großen Schnitt? Die überwiegende Zahl von Operationen muss man tatsächlich über einen großen Bauchschnitt machen, weil das Organ sehr schlecht zugänglich ist. Und es gibt aber auch Veränderungen. Also einige von den zystischen Veränderungen, die kann man auch minimalinvasiv operieren. Das heißt mit Schlüssellochtechnik, dass man nur 3 oder 4 Schnitte hat, kleine Schnitte unter 2 cm im Bauchbereich, über die man dann operiert. Aber man muss schon sagen, Pankreaschirurgie ist im Moment noch, muss man sagen, ein Domäne der offenen Chirurgie, weil die Zugänglichkeit von diesem Organ, wie gesagt, das tief im Bauch drin ist, einfach in der Schlüssellochtechnik nicht so gut ist. Wie groß ist denn die Chance, wenigstens einen Teil des Organs zu erhalten? Denn das ist ja wichtig, haben Sie uns am Anfang gesagt. Das muss immer wirklich eine ganz wichtige Priorität haben bei der Planung oder auch bei der Besprechung so einer Operation. Wo liegt diese Zyste im Organ? Wir teilen die Bauchspeicheldrüse eigentlich, das kann man auf dem anderen nochmal gut sehen, wir teilen die eigentlich so ganz grob in drei Abschnitte ein. Man sagt hier vorne, so dieser Teil bis hier, das ist der Bauchspeicheldrüsenkopf. Ungefähr bis hier ist der Bauchspeicheldrüsenkörper und da hinten kommt der Bauchspeicheldrüsen-Schwanz. Und je nachdem, wo so eine Zyste liegt, die dann operiert werden muss oder auch ein sonstiger Tumor, kann man den Bauchspeicheldrüsenkopf entfernen. Das ist eine sehr große Operation, wo man den Bauchspeicheldrüsenkopf entfernt, auch ein Teil vom Zwölffingerdarm, auch die Gallenwege mit entfernen muss und eine relativ komplizierte Rekonstruktion nachher schaffen muss. Man kann in den allerwenigsten Fällen solche Zysten, von denen man die Vermutung hat, dass sie vielleicht schon bösartig geworden sind, einfach so rausschälen. Diese Frage stellen mir oft Patienten, kann man das nicht einfach nur so rausschälen? Das ist häufig ein Problem, weil entweder sitzen diese Zysten relativ in der Mitte des Organs oder ein anderer wichtiger Grund ist, dass die Bauchspeicheldrüse so beschaffen ist, dass bei der Eröffnung oder bei der Ausschälung von so einer Zyste entsteht eine unheimlich große Wundfläche innerhalb des Organes. Das kann man sich vorstellen, wie eine Apresine, die man ausschält. Und die Apresineschale bleibt zurück. Und das ist eine große Fläche, aus der überall der Bauchspeicheldrüsen-Saft dann austreten kann. Der allerwichtigste Grund, warum meistens immer noch etwas umgebendes Gewebe mit entfernt werden muss und damit auch unterschiedliche Organe, wie zum Beispiel hier das Zwölffingerdarm, beim linken Teil der Bauchspeicheldrüse die Milz, der Grund ist, die vorhanden seien von Lymphknoten. Die Bauchspeicheldrüse hat wie jedes Organ Lymphknoten, in die praktisch das Lymphwasser, die Lymphe aus der Bauchspeicheldrüse hinfließt. Und das wären dann auch die Stationen, wo sich zuerst Metastasen, also Lymphknoten, Metastasen bilden. Durch die Lymphe, durch den Lymphfluss, dahin wahrscheinlich. Deswegen muss man die mitnehmen. Und die liegen zum Teil so, muss man wirklich sagen, gemein, ja, hier angeordnet, um den Bauchspeicheldrüsenkopf herum, also am Zwölffingerdarm an dieser Grenze oder auch hier zum Beispiel an der Milz, ganz viele Lymphknoten dran, auch an den Milzgefäßen, dass es oft gar nicht möglich ist, nur einen Tumor zu entfernen, sondern man muss dann tatsächlich, wenn man den Verdacht hat auf einen bösartigen Prozess, also auf eine Entartung, schon stattgefunden hat, muss man tatsächlich mehr wegnehmen, als man sozusagen auf den ersten Blick denken würde. Nämlich hier, wie gesagt, Bauchspeicheldrüsenkopf, Zölfingerdarm, zum Beispiel, und wenn der Tumor hier irgendwo liegen würde, in diesem Bereich, dann, und man hat Verdacht auf etwas Bösartiges, dann würde man den ganzen Teil nach links entfernen und auch die Lymphknoten mit entfernen. Und das hat halt häufig auch die Folge, dass man die Milz mit entfernt, die hier dargestellt ist. Also das ist nochmal ein, neben der Lage tief im Bauch, ist ein wichtiger Punkt, dass die Lymphgefäße und die Lymphknoten sehr mit den anderen Organen sozusagen verbunden sind und man dort häufig auch andere Organe mit entfernen muss. Kurz noch zum Schluss vielleicht, obwohl das dem Patienten sicherlich sehr wichtig ist, wie lange braucht er sich davon zu erholen, von dieser OP? Das ist unterschiedlich. Also Bauchspeicheldrüsenkopf-Operation, das ist die sogenannte Wippel-Operation, das ist sicherlich der größte Eingriff, den wir so machen. Da muss man, sag ich dem Patienten immer, zwischen 10 und 14 Tage wäre das Optimum, wenn alles glatt läuft und die Patienten manchmal schon nach 10 Tagen wieder zu Hause. Wenn es eine Komplikation gibt und man muss ein bisschen, dann muss man oft mehr Zeit einplanen, dann kann es auch mal drei Wochen sein, vier Wochen. Bei der Entfernung der linken Seite der Bauchspeicheldrüse mit der Milz ist etwas besser. Da kann man so rechnen zwischen 7 und 10 Tagen und bei einer Komplikation vielleicht zwei bis drei Wochen. Vielen Dank für dieses Interview. Ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und wir sehen uns wieder auf www.astepius.com-nachtvorlesungen und auf YouTube. Werden Sie gesund! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017